Der Pac-Man Wecker ist ein offizieller Lizenzartikel aus Kunststoff mit Digitalanzeige. Für alle, die das Arcade Videospiel Zeitalter noch erlebt haben, gibt es den genialen Wecker im Design der Kultfigur Pac-Man. Wenn dieser Wecker Alarm macht, hört es sich ungefähr so an. Batterien werden nicht mitgeliefert. Mehr finden Sie auf unserer Webseite closeup.de